Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal darüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema grüne Zerstörung. Wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo meines Kanals sehr freuen. Um kein Video zu verpassen, aktiviert einfach die Glocke. Seit der Europawahl 2019 hat die grüne Partei einen Höhenflug. Die Prozente in Umfragen, in der sogenannten Sonntagsfrage, zeigen die Grünen in unvernünftigen Höhen. Um unser Land zu retten und nicht vor Trümmern zu sehen, die schlimmer sein werden als am Ende der Weimarer Republik, gilt es, diese Partei aufzuhalten. Wozu uns diese Umstände geführt haben, müsste allen bekannt sein. Bei der Bundestagswahl 2021 darf die grüne Partei nicht in der Lage sein, einer Regierung anzugehören. Kommt es soweit, bedeutet es nichts Gutes für uns. Meiner Meinung nach ist bei dieser Partei alles, was über 5% ist, viel zu viel. Der Höhenflug hat diese Partei veranlasst, einen eigenen Kanzlerkandidaten zu stellen. Annalena Baerbock. Eine Person, die in ihrem Leben noch nie Erfahrungen gesammelt hat, wenn es um Regierungsarbeiten geht. Sie gibt selber an, dass sie bereit wäre zu lernen. Seit wann aber setzt man einen Azubi auf den Chefsessel? Sie hatte noch niemals einen Ministerposten inne. Welche Voraussetzungen jemand mindestens erfüllen sollte, um einen solchen Posten zu bekommen, könnt ihr in meinem Video zum Thema Wahlsystem entnehmen. Das Video findest du oben unter dem i. Ministerämter sind im Übrigen niedriger als das, was diese Frau in ihrer Kandidatur anstrebt. Auch wenn es bei den meisten Parteien in der Vergangenheit eher unüblich war, sich an die eigenen Wahlversprechen zu halten, muss man erstmal immer davon ausgehen. Ein Video zum Thema Wahlprogramme findest du oben unter dem i. Wenn die grüne Partei sich an ihre Wahlversprechen halten sollte, wenn sie entsprechende Machtpositionen bekleidet, hätte dieses folgende dramatische Folgen für unser Land und jeden Einzelnen. Die Einschränkungen nach dem Bevölkerungsschutzgesetz in der Corona-Krise, dabei rede ich von Ausgangssperren, von Lockdowns und von Kontaktverboten, würden eigenen Aussagen zufolge für den Klimaschutz erneut vorkommen. Mit den Grünen hätten wir Klima-Lockdowns zu erwarten und unsere Grundrechte und Freiheiten würden sogar tiefer beschnitten werden, als es in der Corona-Krise der Fall war, weil der Ansicht der Grünen nach die Klimakrise schwerwiegender ist. Um erneuerbare Energien auszubauen, ganz vorne die Windenergie, werden Waldwiesen und Ackerflächen beseitigt. Neben dem Verlust an Flächen, um Lebensmittel anzubauen, wird vielen Tieren, Vögeln und Insekten der Lebensraum genommen. Die Zeiten, bei denen sich die Grünen für die Umwelt und jeden einzelnen Borkenkäfer einsetzen, sind vorüber. Stattdessen wird unter dem Vorwand des Klimaschutzes die Umwelt massiv zerstört. Das Klima ist aber nicht zu retten, wenn die Umwelt dafür zerstört wird. Dazu kommt die Zahl an toten Vögeln und Insekten, wenn diese in die Rotorblätter der Windkraftanlagen kommen und die Gesundheitsschädigung durch Infraschall bei Menschen, wenn die Anlagen zu nah am bebauten Grundstücken aufgebaut werden. Bei den benötigten Mengen an Windkraftanlagen, um die benötigte Energie zu gewährleisten, wird die derzeitige Distanz zu den Anlagen nicht mehr einhaltbar sein. Von der Verunstaltung der Landschaft mal abgesehen. Mit den Grünen verschwindet unsere Natur, die Landschaft wird verunstaltet und der Lebensmittelanbau wird massiv eingeschränkt. Ein Video zum Thema Klima und Umwelt findest du oben unter dem i. Kurzstreckenflüge und Individualverkehr mit Verbrennungsfahrzeugen werden verboten. Der Witz an der Sache ist, dass grüne Politiker, also jene, die dieses fordern, diejenigen sind, die am häufigsten auf Flüge durch die Republik zurückgreifen. Das ist Heuchelei. Bei den Verbrennungsfahrzeugen kommt hinzu, dass jede Menge Arbeitsplätze erst recht in der Automobilindustrie verloren gehen. Dabei geht es nicht nur um den Zusammenbau der Fahrzeuge, was erheblich weniger Personal benötigt als bei Verbrennungsmotoren, sondern auch die Zulieferung von zu verbauenden Teilen. Es werden erheblich weniger Teile benötigt und vieles ist in Deutschland gar nicht herzustellen und wird aus China zugeliefert. Mit den Grünen werden in der deutschen Schlüsselindustrie tausende Arbeitsplätze verloren gehen. Durch einen früheren Ausstieg aus der Kohleverstromung wird der Energiebedarf in einem Industriestaat wie Deutschland nicht mehr gedeckt. Erst recht nicht, wenn parallel dazu die Digitalisierung und die Elektromobilität vorangetrieben und ausgebaut werden soll. Man kann keine Maßnahmen, die mehr Strom bedürfen, vorantreiben und die Herstellung von Strom reduzieren. Alternative Energien wie Wasserstoff für die Mobilität oder Gas über Nord Stream 2 sind im grünen Wahlprogramm nicht vorgesehen. Dazu wird die CO2-neutralste Energie über Atomkraft abgelehnt und der Ausstieg ebenso beschleunigt. Mit den Grünen werden wir nicht nur Stromausfälle, sondern vermehrte mehrmonatige Blackouts haben. Ein Video zum Thema Elektro und Energie findest du oben unter dem i. In der Annahme, Deutschland sei ein Einwanderungsland, wollen die Grünen die Zuwanderung, die Einbürgerung und die Asylverfahren zum Nachteil Deutschlands verändern. Anstelle einer Politik zugunsten des eigenen Volkes wird eine Bevorzugung von Migranten angestrebt. Die Ausländerkriminalität wird statistisch durch beschleunigte Einbürgerung nicht mehr erfasst. Quoten von Migranten für Stellen am Arbeitsmarkt sollen Menschen mit Migrationshintergrund trotz der Einbürgerungsgleichstellung bevorzugen. Durch diese Einbürgerungen und der damit verbundenen Wahlrechte wollen die Grünen weitere Wählerschichten für sich erschließen. Mit den Grünen wird die Fluchtbewegung nach Deutschland wieder Fahrt aufnehmen. Falsche Anreise und Signale werden zu tausenden weiteren toten Menschen auf der Flucht führen, wogegen Fluchtursachen nicht beseitigt werden. Viele weitere Flüchtlinge in Deutschland bei geringem Wachstum an Immobilien werden die Miet- und Immobilienkosten weiter ansteigen lassen. Von der Tatsache, dass die Migrationsvorstellungen den Klimazielen zuwiderlaufen, wollen die Grünen nichts hören. Ein Flüchtling im eigenen Land verursacht weniger CO2 als hier in Deutschland. In Schulen werden weitere Maßnahmen und Unterrichtsinhalte gefördert, die den Selbsthass auf das eigene Land vorantreiben. Schuldgefühle sollen sich nicht nur, wie bislang, nur auf die Vorkommnisse im Dritten Reich beschränken, sondern auch die Kolonialisierung einbeziehen. Zudem werden die Sprachkenntnisse der eigenen Sprache durch Genderisierung immer schlechter. Das grammatikalisch falsche Sprechen wird einer gepflegten deutschen Sprache vorgezogen. Zudem die Frühsexualisierung von Kindern durch den Lehrplan der Sexualerziehung. Mit den Grünen wird die Indoktrination unserer Kinder an die Spitze getrieben. Unter dem Gesichtspunkt sind die Grünen eine nicht wählbare Partei, zumindest nicht mit einem gesunden Menschenverstand. Grüne Politik würde bedeuten, unser Land zu verlieren. Aber wie seht ihr das? Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr anderer Ansicht seid. Ich würde mich freuen, mit euch über dieses Thema diskutieren zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram oder Twitter folgen. Euer Jörg Wenn ihr das Video bis hierhin verfolgt habt, werden euch die angebotenen Videos sicher sehr gefallen. Schaut auch gerne in die Playlist, wo ihr viele weitere Videos findet, um darüber nachzudenken. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.